So, und da sind wir wieder bei The Walking Dead und es gibt ein paar Neuerungen, beziehungsweise, naja gut, es gibt, auf der erste Neuerung ist es jetzt nicht, ich habe jetzt mein Mikrofon mal wieder auf den Galgen gehangen, sozusagen, und ich hoffe, ich kriege das mit dem Übersteuern jetzt so ein bisschen in den Griff, mal gucken, wie die Akustik so ist jetzt, es hängt jetzt ein bisschen weiter weg von mir durch den Galgen und auch ein bisschen weiter unter mir, und, naja, ich werde mal sehen, was da so rauskommt und wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, ich musste das jetzt gerade nochmal nachstellen, weil, ähm, irgendwie war der Spielstand weg und, ähm, ja, ich konnte es nicht mehr laden und, äh, das macht aber The Walking Dead in der letzten Zeit öfters irgendwie, naja, ähm, wir können jetzt mit allen reden, müssen wir eigentlich, äh, aber erstmal mit den beiden hier. Hey, you two, how are you doing? We're okay. Just having a little spat. We all carry guns now, and I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. I'm sorry, how are you, Lee? You guys, uh, trust everyone here? More or less. I obviously have my problems with Lily, but I don't distrust her. Yeah, we can't turn on each other any more than we have. about the guns. Don't you start. I just wanted to say, Kat, it's probably good they make you uncomfortable. Thank you, Lee. But we need them. There's no doubt about that. You need to try harder with Lily. You guys gotta straighten this out. I don't know how straight we can get it, given all that's happened. So what then? Time will come, we'll have to do what's best for our families. And that's what we'll do. I'll talk to you later. Hmm, die beiden haben ja auch nicht mehr so viel zu sagen, irgendwie. Naja. Hmm. Ruhig. Zu ruhig, eventuell. Hey, Ben. What's up, Lee? Have you seen anything weird on watch? Is there anybody out there up to anything? Nope. Really quiet. Really? Yeah, totally. Which is good. Did you ever come down here to Macon much? I didn't have much reason to. My parents would let me take the car into the city on the weekend. But what's in Macon? It's kind of a waste of time compared to Atlanta. I grew up in Macon. Oh, I didn't mean to say it's crappy or anything. It's super nice. I mean, not now, but I bet it was. Is. What do you think about Lily? She scares the crap out of me. That's a reasonable thing to feel. I'm just worried, she's going to snap. Talk to you later, Ben. Bye. Hmm, der Ben ist ja eigentlich, eigentlich ist er mir sehr sympathisch, muss ich ja schon sagen. Und, ähm, also ich denke jetzt auch mal nicht, dass er uns damit beleidigen wollte. Es ist halt ein Stadtkind und Macon ist mehr so eine Kleinstadt, aber auch ganz schön. Oh, was ist das hier denn? Wir haben die Kinder wohl was gemalt. Auch nicht schlecht. Wo sind die Kinder eigentlich? Ich glaube im Wohnwagen oder so, ne? Ich weiß es nicht ganz genau. So. Gehen wir doch mal, gehen wir doch mal da hoch. Und, ähm, ich hab ja jetzt, ich hab mir jetzt auch die, ähm, The Walking Dead Serie angeguckt, also die Serie an sich. Äh, bin ich auch immer noch dabei. Talk to Lily yet? No, not yet. I will. What I wanted to say was, I've been thinking a lot about you. I think about you, too. Our group is small. You're small. You're a convicted killer. Carly, Jesus. And I think people should know. Not because they deserve to, and not because you're a bad man. I think the opposite of those two things. People need to know because we're hanging by a thread here, and I can't see Lily talk about you without thinking it's the next thing she's going to say. You don't have to tell everyone, but think about who you trust and take the opportunity while you have it. You're probably right. Of course I'm probably right. People might be pissed, and telling them might cause some trouble, but it will be a far cry from what'll happen if they don't hear it from you. Yeah. So you'll do it, then? I'll let people know. You're totally right. Good. I think it's for the best. Don't call me small. Now, is there anything else you want to talk about? Do you feel safe here? Show me a bath with a heated floor and a high-rise apartment, and hand me a full-bodied Malbec, and then I'll feel safe. I don't know. This place is fine, but we all know that that could change at any second. You, uh, have any thoughts about Lily? I worry about her. That's about it. She keeps trying to run things, but it's just not working. You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time, but there are going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them, but everyone's different. Who knows how each person would take it, you know? Maybe it's worth thinking about who you want to tell. I'm going to look into this thing. Good idea. Es ist wahrscheinlich gar keine schlechte Idee, wenn wir den Leuten das sagen. Denn, ähm, ja, in dieser Welt, wo eh sämtliche Rechte und sämtliche, ja, Moralvorstellungen, sag ich jetzt einfach mal, so gut wie aufgehoben wurden, weil man einfach nur noch ums Überleben kämpft, da sollte sowas eigentlich auch nicht mehr auffallen. Hey, Clementine. Hey, Lee. What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See? It's the same. Um, kind of. Ah, that's really something. I'll make one for you, too. Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah, that'd be a good thing to know. Clem, I need to talk to you for a second. Okidoki. Tja, was sagen wir uns jetzt? The day you and I met, I was in a car accident. I remember, your leg was bleeding. The car I was in was a police car. And I was on my way to jail for committing a crime. I need to tell you now, because I don't want you to hear it any other way. Okidoki. Do you have anything to say? I don't think so. You can go home back to your things. Clementine hat Verständnis dafür. Naja gut. Wir haben ja auch nicht direkt gesagt, wofür wir ins Gefängnis sollten. Also eventuell... ...kann Clementine das verstehen? ...und wir sollten jetzt mit allen reden. Hi guys. Kenny, you got a second? I need to tell you something. Yeah? What do you got? It's serious. Ok, should I sit down? Come on. I was, uh, on my way to prison three months ago. No shit. No shit. It wasn't for touching kids, was it? No, it wasn't. Because we got two here. I killed a guy in a fight. Should I be worried there's anything else in your past that's gonna come out? No. Good. But you should know. If we gotta make numbers when it comes to a boat, this is gonna matter. Hmm. Hmm. Can I talk to you about something? Sure. Is everything okay? Okay. I was, uh, on my way to prison three months ago. You've always looked at me with kind eyes. I wonder if you could still do that if you, uh, knew I was a convicted felon. My goodness, for what? How much trouble can a teacher get into? Well, plenty. But it had nothing to do with that. It was for murder. Why? He and my wife, uh... That's enough. Tell me what happened when you were locked in the fridge at the dairy. I was given Larry CPR with Lily. Kenny came in from out of nowhere and put a stop to it. What did he do? He smashed his head in. Huh. Kaccha. Everything keeps changing. Kaccha wird sich daran erinnern. Tja, oder ob das nun so gut war? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich spreche mit Kenny über die ich bin. Und? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich einfach, dass ich ihm einfach die Anmhäue, wenn wir überhaupt keine schweren Entscheidungen machen müssen, wenn es um ein Headcount zu machen. Ah. Also, keine Angst. Ich spreche mit Kaccha. Wie hat sie das gemacht? Sie war gut, ich glaube. Ich denke, sie ist mehr über Kenny. Weil der St. John? Was er genau gemacht hat da? Ich spreche jetzt nicht. Ich spreche mit Clementine über die Dinge. Wie hat sie das gemacht? Ich weiß es nicht. Sie ist schwer zu lesen. Sie hat dich lieb. Sie hat dich lieb. Ich spreche mit dir später. Ich spreche mit dir später. Tja. Wo ist eigentlich... Ach, hier können wir ja... Ach, hier. Genau. Ich spreche mit dir. Du musst dich nicht ausfragen. Du hast hier rausgebracht, oder? Du hast mich nicht ausfragen? Du musst dich entschuldigen. Ich weiß. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche... Ich fühle mich wie eine verrückte Person. Ich versuche dich nicht ausfragen. 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 Ich versuche dich ausfragen. Klar, bitte. Aber wenn es schlecht ist, vielleicht schaffst du es. Ich wurde in die Präzion vor der Plagie. Shit. Was? Dad sagte, dass es etwas über dich gab. Also, du kennst. Ich wusste nicht was, was zu wissen. Das ist wahr, und ich bin sorry. Er hat dich als shit verletzt. Er wusste, wer du warst, und du hättest all die Reise in der Welt, ihn zu töten, und du hättest nicht. Du musst nicht entspringen. Danke. Du hast einen Mann, also was? Ich glaube, er war ein Dick. Well, es hat mein Leben verletzt. Good thing, dass alle anderen kurz danach danach verletzt wurden, hm? Misery loves company. Tja, Lilly hat es ja eigentlich ganz gut aufgefasst. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch mit Ben reden. Hey, Ben, ich muss dir etwas erzählen. Shirley? Ist es über meine Beine? Ich versuche, einen guten Job zu machen. Du hast gut gemacht. Ich war, uh, auf mein Weg zu prison, bevor ich das. Whoa, wirklich? Was, um, warst du in für? Es ist nicht wichtig. Oh. Nur, wenn du etwas hörst, ist es wahrscheinlich wahr. Und jetzt, du wissen. Danke für mich, Mann. Ich, uh, ich... Ben, relax. Okay. Ja, Ben können mir eigentlich auch vertrauen. Denke ich mal. Hm. A flashlight was broken. Was it you? No. You're not in trouble if it was. I know you get nervous and maybe you went out to go to the bathroom. Broke it, got worried and tossed it. What's with the third degree? I didn't break any flashlight. Okay, then. Hmm. Hmm. Do you guys know anything about this broken flashlight? Fuck. We don't got many of those. Yeah, it's a problem. The glass and the bulb are all busted out. I saw some broken glass over by the ice machine. I meant to clean it up before the kids hurt themselves on it. I forgot, though. Okay. 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 Ja, wobei, wir könnten auch erstmal... Können wir hier nochmal rein? Hey. Find anything? Are you worried about morale at all? The darker things get the more we have to worry about people giving up. Tell me about it. I know you won't. I'm worried, but what can we do? I don't know. Oh. What's that you? Do you ever want to leave here? I want to leave here when we have to. Not because of some fantasy of somewhere better. So, you think the coast is a pipe tree? Don't you? We're going to live on the water because we assume they can't swim? We're alive because we've stayed here. That's as far as the discussion needs to go. I haven't found out anything yet. Well, there's nothing to find in here. Ask around. Jesus, investigate. Okay, okay. I'll be back. Hey, Clementine. Hey, Lee. You didn't accidentally break a flashlight, did you? No. Did Duck say I did? No. Did a duck break the flashlight? I don't think so. He's just always blaming me for stuff. Like what? Putting a bug on his pillow. Did you do that? Yes. Clementine is ja auch manchmal so ein bisschen verschlagen, ne? Aber gut, Duck wird die halt manchmal auch so ein bisschen... Ja, manchmal so ein bisschen ärgern und, ähm, naja. Kann man schon verstehen. So, warte mal, hier geht's auch nicht hinter, aber hier geht es noch lang. Hmm. There's some broken glass on the ground there. Hmm. There's something drawn there. Hmm. Chalk. Pink. Hmm. Duck. A clue. Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay, back to investigating. Hmm. Hm, definitiv weirrt. Hm. Also könnte es ja doch irgendwas mit Clementine zu tun haben. Hey, Ben, ich brauche ein Stück Schalk. Weißt du, wo ich einen bekommen kann? Warum würde ich einen? Nur fragen. Well, ich spiele nicht mit diesem Ding. Ich habe meine... Well, my thoughts, and I've been reading the Bible I found in my room. That's what it's there for. Have you seen any chalk around? Ah, yes. Clementine loves to draw with it. Yeah, of course. I'll talk to her. Hey, Clementine. Hey, Lee. Do, uh, you have any pink chalk? No, it's gone somewhere. Hm. Do you want blue? No, no, it's okay. Psst, Lee. Hm, ha, ha. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was coming to see him for clues and... Yeah, Duck, I got it. Good job. Heh, heh, heh. Cool. Heh, heh. You didn't break the flashlight, did you, Duck? No. Mom and Dad won't let me touch any other stuff. Lily neither. That's probably for the best. More chalk. Ugh. Somebody was over here, too. See? I did good, huh? Yeah, Duck. You did. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Okay. Hmm. Wo haben wir denn... Wo haben wir denn... Spuchen irgendwo... Huch, wieso? Äh, wieso rockeht denn das jetzt so? Ähm, tut mir leid, dass es jetzt gerade so rockeht, aber ich weiß nicht warum. Äh, okay, jetzt geht's wieder. Ach, wir haben ja auch schon... Mensch, wir sind ja schon völlig über die Zeit, Mensch. Och, Gottchen. Ähm, es macht aber Spaß. Und es ist spannend. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Open Broadcaster hat irgendwie schon jetzt zu lange zum Codieren gebraucht. Keine Ahnung warum. Äh, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss die jetzt schnell hochladen, weil die kommt sowieso schon zu spät. Ähm, wegen... Weil es ist jetzt... Ja, es ist jetzt kurz vor 8 und eigentlich müsste die Folge um 8 schon gekommen sein. Aber naja, die lade ich jetzt gleich hoch und... Wir sehen uns bis dahin nicht wieder. Aber dann später. Genau. Ihr wisst, was ich meine. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020